Hä? Guck mal, Baschkin, wie wunderschön. Kaufst du mir einen Ballon? Ich hab kein Geld, bitte, Baschkin. Ich habe kein Geld, aber ich klaue eine. Du bist der beste Verbrecher. Ich war schon immer eine Gangster, Affin. Als nächstes klauen wir eine neue Essklose. Ja! Da klauen wir zwei eine Helikopter. Wir sind die größten Gangsterer! Er ist kaputt. Wir haben keine Custom-Bong, Baschkin. Wir haben keine Garantie. Wir kommen ins Gefängnis. Ich kann nichts im Gefängnis, Baschkin. Weißt du, was die mit Leuten machen, die so gut aussehen wie ich? Wir beide sind Verbrecher. Halt den Fester, bist du bedollend in deinem Kopf, Affin? Du musst bleiben, ganz normal. Sie haben uns erwischt. Hey, Jungs. Polizei kommt jetzt. Affin, wir müssen weglaufen aus Deutschland. Tschüss, Deutschland. Wir können nie wieder zurück. Tschüss, schöne Deutschland. Mir ist kalt, Baschkin. Ich werde mir jetzt einen Körper machen wie Son Goku. Wir beide sind jetzt echte Gangsterer. Und wir können endlich beleidigen. Hey, was guckst du so? Hast du ein Problem, Nomen und Akosha? Jetzt bin ich dran, Baschkin. Hey, Aschloch. Baschkin, ich habe Hunger. Hast du schon Eftor? Guckst du mal, Affin? Schokolade! Ich habe für Eftor extra gekauft, teure Schokolade von Milk, Affin. Danke, Baschkin. Ich glaube, ich esse mein Schokolade sofort. Ich glaube, ich esse mein Schokolade sofort. Wo ist mein Schokolade, Baschkin? Ich habe den ganzen Tag gefastet. Affin, du hast deine Schokolade schon aufgegessen. Hilfe, Baschkin, wo ist mein Schokolade? Ich habe den ganzen Tag gefastet. Aha. Was? Aha. Du hast mein Schokolade geklaut, Baschkin. Das ist meine. Du hast meine Eftor geklaut. Und jetzt muss ich verhungern. Willst du mich verarschen, oder was? Ich esse jetzt mein Schokolade. Das traust du dir nix. Letzte Warnung. Hm. Ah. 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 Es reicht. Ah. Erst einer Ballon. Jetzt meine Schokolade. Und gleich bringst du mir um. Ich zeige dir an. Ich gehe zuerst zur Polizia. Du scheiße Verbrecher. Du kriegst lebenslänglich. Du kriegst so die Strophe. Und dann hat er, ich habe gesagt, und er hat gemacht, und dann habe ich unten. Äh, was kann ich für euch tun, Jungs? Wir haben geklaut, Ramazan. Okay, dann folgt mir. Wer die Finger hält nicht still, der wohl länger sitzen will. Ain't nothing but against the party. Ah, shit. You the fucked up, man. Ain't nothing but the fuck up. You the true of America's most one in the same motherfucking place at the same motherfucking time. Yo, Freunde, was geht ab, was geht ab? Freunde, das war wieder eine neue Spongebob-Verarsch-Events, Spongebob-Albaner-Wähler. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Lasst einen Like da. Kommentieren. Nichts vergessen. Und aktiviert die Glocke. Und Freunde, folgt uns mal bei Instagram. Und checkt unseren Merch ab, liebe Leute. Freunde, wenn wir 10.000 Follower erreichen, hier sind unsere Namen, verlosen wir Merch an fünf Leute. Deswegen folgt mal rein. Und viel Glück beim Gewinnspiel, Freunde. Hier sind unsere Instagram. Danke. Danke.